Die Komplimente bei der Grumbacher Francais schauen folgendermaßen aus. Der Herr begrüßt seine Dame mit einem Kopfnicken, begrüßt die an der anderen Seite stehende Dame mit einem Kopfnicken, dann gehen die Paare mit vier Schritten zur Mitte, begrüßen sich gegenseitig und mit vier Schritten zurück und wieder die eigene und die fremde. Das Ganze mit Musik. Musik